Hey! Peace Smile! Shrek der Dritte! Ein spannender Schultag! Einzelspiel! Neues Spiel! Einzelspiel! Neues Spiel! Shrek Skateboardfahrt! Eines schönen Tages entschied sich der junge Arthus, nicht zur Schule zu gehen. Und gerade an diesem Tag sollte es geschehen, dass unsere Freunde Shrek und der Esel, das bin ich, an die Wooshie Academy kamen, um Ausschau zu halten nach... Jetzt ratet mal nach wem. Es ist genau hier, dass mit unserem Lieblings-Oga und mit mir ein völlig unerwartetes Abenteuer beginnt. Mann, Shrek! Dieses Schulgelände ist viel zu groß! Vielleicht sollten wir jemanden um Hilfe fragen! Okay! Hey du! Weißt du, wo Arthus ist? Wow! Ein Oga! Und ein sprechender Esel! Okay! Folgt mir auf den Sportplatz und dort werde ich es euch verraten! Benutze den Joystick, um Shrek zu steuern und drück auf die OK-Taste, um zu hüpfen! Bewege dich entlang des Weges, um Buchstaben einzusammeln und um Wörter zu buchstabieren! Super! Oh! Klasse! 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 Rolle! Au! Gut gemacht! orange Klasse! Hexater! Klasse! Augh. Pass off! Was ist das? Pass auf! Klasse! Wir haben ein Bild gefunden! Du hast es geschafft! Autsch! 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 Klasse! Klasse! Wir haben ein Bild gefunden! Du hast es geschafft! Gut gemacht! Bitte, bitte! Kannst du mir nicht sagen, wo Arthus ist? Mein Ogerherz schafft das nicht! Entschuldige, Kumpel! Ich weiß es nicht! Er mag es, in der Stadt herumzulaufen! Vielleicht könnt ihr ihn dort finden! Was? Du Kleiner! Los, Shrek! Bevor du hier dumm rumstehst, führ uns in die Stadt hinein! Verstecken spielen mit Arthus! Shrek und der Esel erreichten die Stadt und suchten nur nach Arthus! Arthus muss sich hier irgendwo verstecken! Esel! Sieh mal! Da ist ein junger Mann! Ist das Arthus? Shrek! Wart auf mich! Sammle die Gegenstände auf der Straße ein und bringe sie wieder zurück in die richtigen Läden! Oh-oh! Speck! Oh-oh! Speck! Oh-oh! Oh-oh! Bitte wähle einen Gegenstand aus, den du zurückbringen willst! Oh-oh! Klasse! Speck! Das ist die Metzgerei. Hier kannst du Fleisch kaufen. Fisch. Das kannst du jetzt nicht einsammeln. Als erstes, bitte wähle ein Gegner. Klasse. Fisch. Das ist das Fischgeschäft. Hier kannst du Meeresfrüchte kaufen. Birne. Wir haben ein Bild gefunden. Bitte wähle einen Gegenstand aus, den du zurückbringen willst. Das ist der Obstladen. Hier kannst du Obst kaufen. Oh oh. Marmelade. Bitte wähle ein Gegenstand. Klasse. Marmelade. Das ist die Bäckerei. Hier kannst du Brot und Torten kaufen. Esel. Sieh mal. Das ist dein junger Mann. Ist das Arthus? Pass auf. Rumpelstilzchen. Versuche nicht getroffen zu werden. Und sammle die Zaubertränke ein. Du kannst das Tor erst öffnen, wenn du genügend Kraft hast. Jetzt hast du genügend Kraft, um das Tor zu öffnen. Oh oh. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Das kannst du jetzt nicht einsammeln! Als erstes musst du den Gegenstand, den du schon eingesammelt hast, zurückbringen! ARD Text im Auftrag von Funk 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 Schenken! Bitte wähl ein Super! Schenken! Das ist die Metzgerei! Hier kannst du Fleisch kaufen! Orange! Bitte wähl ein Gut gemacht! Orange! Das ist der Obstladen! Hier kannst du Obst kaufen! Arthus! Arthus! Gut gemacht! Arthus! Arthus! Bitte lauf nicht in die Berge! Da ist es gefährlich! Schreck! Wart auf mich! Dieses Kind macht die Aufgabe nicht gerade leichter für uns! Bergrennen! Arthus rannte in die Berge und wir versuchten ihm zu folgen! Aber wir waren zu langsam! Hilfe! Hilfe! Irgendjemand hat Arthus entführt! Oh Mann! Jetzt hab ich aber Angst! Und du hast ihm gesagt, er soll nicht in die Berge gehen! Das hast du gesagt! Und ich hab dich gehört! Das Kind ist in Gefahr! Wir müssen uns beeilen! Benutze den Joystick, um Schreck zu steuern und drück auf die OK-Taste, um zu hüpfen! Die Gibber! Ich hab dich gehört! Er antidorf betRIbt! Mal schon beim papieren. Giratschung. Darnvertretours. the hey! Wo? ih passa dich jetztть! Ich kann dir nicht helfen. Ein Pirat! Benutze den Joystick und folge den Richtungspfeilen! Super! Du schaffst das, gestiefelter Kater! Du hast es geschafft! Du schaffst das, gestiefelter Kater! Wir haben ein Bild gefunden! Eine Hexe! Benutze den Joystick, um das Wort zu finden, das auf den Zauberspruch passt! Sonne! Esel! Blatt! Esel! Klasse! Eis! Esel! Klasse! Gah! Au revoir! Wir haben mein Bild ge- Eine Hexe! Hine! Esel! Klasse! Frosch! Esel! Klasse! Esel! Wir haben ein Pirat! Gut gemacht! Du schaffst das, gestiefelter Kater! Klasse! Du schaffst das, gestiefelter Kater! Anbots! Klasse! Anbots! Dire, denramatische Kater! Nur um! Dire! Derart! Inbeten! Nothing! Drei! Klasse! Danke, dass ihr mich gerettet habt. Nicht der Rede wert! Wo läuft das bei uns? Es ist schön, dich wieder bei uns zu haben, Arthus. Hey, da steht ein Haus im Wald! Los, wir schauen es uns an! Verloren in den Katakomben! Die Gruppe trifft Merlin, den Zauberer in seinem Haus. Arthus, da er ja ein bekannter Zauberer ist, fragt ihn Arthus, ob er sie nicht zurück auf das Schulgelände zaubern könnte. Und zuletzt sagte er... So, so, ihr wollt also, dass ich euch zurück auf das Schulgelände bringe? Na, lasst mich mal überlegen, ob ich mich an den Zauberspruch erinnern kann. Ah, ich hab's bereit! Moro so! Es ist gruselig hier! Wo sind wir? Das hier ist definitiv nicht das Schulgelände. Hat irgendjemand das Verfallsdatum von Merlins Zauberspruch gecheckt? Oh nein! Benutze den Joystick um... Zauberer ist, was meine ich... galaxies zu Introchen... Lass uns... ... üblich! Überrascht! Vergas! bellenничre silently... ... üblich! Überrascht! Nun, der hier ist, was ich nicht neu. Wir haben ein Bild gefunden! 3 Ich hoffe es! Wir müssen nur den Zahlen in der richtigen Reihenfolge folgen! Autsch! Autsch! 4 Wir haben ein Bild gefunden! Autsch! Autsch! Du kannst dir nicht hüpfen! Es ist zu weit! 5 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2